Und wie heißt die braune Tuch? Anke. Das ist unsere Philosophie. Regionalität, Saisonalität und Ökologie. Also Bio, man könnte noch weiter gehen. Bio ist der Anfang. Und Biodynamik. Das wäre ein extra Schritt. Wir spritzen ja auch. Wir brauchen Schwefel, Kupfer, Tonerde. Wir machen Verwirrungstechnik gegen Schäblinge. Wir brauchen zum Teil Öl. Einfach natürliche Produkte. Das ist noch etwas mit Salz. Ist auch sehr regional. Das Holz ist von meinem Wald. Und ist ganz einfaches Rundholzsystem. Also das Holz kam vom Wald direkt hierher. Dann habe ich mich mit der Montose geschnitten. Und nichts ging mit in die Sägerei. Ist gut? Ja. Vielen drin. Ja. Wuhu. Oh. Super. Waiter. Performance. Moving on. Chinat, Main St amplation. Jungen. 50 Euro.